Hi und herzlich willkommen. Schön, dass Du da bist und Dir Zeit nimmst für diese Meditation. Unser Herz wird in allen alten Schriften als Sitz der universellen Weisheit betrachtet und auch die Wissenschaft kommt so langsam dahinter, dass das Herz so viel mehr ist als nur ein blutpumpendes Organ. Manchmal ist unser Alltag aber so laut und voll und fordernd, dass wir die Verbindung zu unserer inneren Weisheit, unseres Herzens nicht mehr finden, weil der Kopf und das Ego in einer Tour dazwischen funken. Es gibt doch noch so viel zu tun und zu erledigen, zu beweisen, sagt Dein Geist. Und das Ego hat häufig damit zu tun, dass Du Dich schlecht und klein und nicht gut genug fühlst. Und dabei weiß Dein Herz ganz genau, dass das natürlich nicht stimmt. In dieser Meditationspraxis lernst Du Dich als Dein größter Fan selbst zu unterstützen und Herzensaffirmationen in Dir zu verankern. Lass uns beginnen. Finde einen entspannten Sitz für Dich. Auf dem Boden, vielleicht auf einem Kissen oder einer Wolldecke, gern auch auf einem Stuhl. Schließe Deine Augen. Und lass Deine Hände genau da ankommen, wo sie sich für Dich entspannt und natürlich anfühlen. Die Handflächen dürfen nach oben oder nach unten zeigen. Entscheide hier ganz intuitiv. Richte Deinen Oberkörper lang und gerade auf und lass Deine Schultern entspannt sinken. Nimm Dir jetzt ein paar Momente Zeit, um ganz bei Dir anzukommen. In Deinem Raum, in Deinem Körper, in diesem Moment. Bring Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Atem. Ohne ihn zu verändern, fängst Du an, den Fluss Deines Atems zu beobachten. Dein Atem darf hier ganz von alleine kommen und gehen. Lass Deinen Atem ganz natürlich fließen. Atme mühelos ein und aus durch die Nase. Ganz ohne Eile. Beobachte den Weg Deines Atems. Beobachte, wie die Ein- der Ausatmung folgt. Beobachte die kleinen Pausen zwischen den Atemzügen, wenn welche entstehen. Erlaube Dir, Deinem Körper und Deinem Geist mit jedem Atemzug mehr und mehr zu entspannen. Wenn Gedanken aufkommen, ist das vollkommen okay. Nimm sie wahr. Guck sie Dir an und lass sie mit der nächsten Ausatmung einfach weiterziehen. Dann richtest Du Deine Aufmerksamkeit wieder auf Deine entspannte und bewusste Atmung. Nimm wahr, wie Ruhe, Entspannung und eine innere Gelassenheit sich in Deinem gesamten Körper ausbreiten. Dies ist Deine Zeit nur für Dich. Jeder Atemzug ist eine weitere Gelegenheit, sich weiter von den Masken und verschiedenen Persönlichkeiten zu lösen, die Du für die Welt konstruiert hast. Lege die Versionen von Dir ab, von denen Du glaubst, dass Du sie sein solltest und gleichzeitig fürchtest, dass Du sie gar nicht bist. Du bist nicht hier in diesem Moment, um irgendjemandem etwas zu beweisen oder irgendjemandem zu gefallen. Du bist hier, um Deine Dir innewohnende und angeborene Verbindung zu Dir selbst wiederzufinden und Dich von ihr unterstützt zu fühlen. Konzentriere Dich auf die ruhige Bewegung Deines Atems und alle auftretenden Empfindungen, Gedanken und Emotionen. Wenn Deine Gedanken zu wandern beginnen, kannst Du der Meditation ein weiteres Element hinzufügen, wenn Du magst. Ich arbeite mit einer der folgenden Aussagen. Ich bin genug. Ich verdiene meine eigene, bedingungslose Liebe. Ich allein bin mehr als Grund genug, Freude und Liebe in meinem Leben zu manifestieren. Ich bin es wert, so geliebt und akzeptiert zu werden, wie ich bin. Im ersten Moment mag sich diese innere Ansprache ungewohnt, unangenehm oder zu ausgedacht anfühlen. Denk bitte daran, diese Worte gehören nur Dir. Es ist die Wiederholung von Affirmationen, die zum inneren Glauben führt. Versuche es einfach und beobachte, wo diese Affirmationen Dich hinführen und was sie bewirken können. Ich bin genug. Ich verdiene meine eigene, bedingungslose Liebe. Ich allein bin mehr als Grund genug, Freude und Liebe in meinem Leben zu manifestieren. Ich bin es wert, so geliebt und akzeptiert zu werden, wie ich bin. Wenn Du bereit bist, aus der Meditation herauszukommen, beginne Deinen Atem wieder zu vertiefen. Atme einmal tief durch die Nase ein und über den Mund komplett aus. Nimm Dir einen Moment Zeit, um Deinen Körper und den Raum, in dem Du Dich befindest, zu spüren, bevor Du Deine Augen wieder öffnest. Nimm Dir einen weiteren Moment Zeit und danke Dir selbst für diese Praxis. Namaste Nimm Dir einen Moment hin look. Nimm Dir einen Moment. Nimm Dir sebagai Zugleíve Nimm Dir's Nimm Dir's Untertitelung des ZDF, 2020